Das zählt nicht, das ist ja witzlos, da der eh auf Heye ausgelegt ist. Immer diese Heuchelei. Na Bergele, man kann nicht alles haben, oder? Du wünschst ja Schlachtschiffe mit Heye. Wer sagt denn, dass Conqueror mit auf Heye ausgelegt ist? Das ist ja Blasphemie. Eben, hast du mal gesehen, wie der mit Api reinhaut? Hallo, Melli. Das wäre genauso, wenn man sagen würde, ein Popoloch ist ja mit so einem Kackendach. Genauso Blasphemie. Der geht auch mit dem Finger rein. Das sieht man in vielen Gefechten. Von vielen Schlachtschiffahrern zum Beispiel. Das sind all die Leute, die nur eine Hand zum Spielen brauchen. Ja, und seitdem nutze ich den lieber mit Heye. Ansonsten nehme ich für Api lieber die Thunderer. Das ist ja Blasphemie. Ich sehe so viele Leute mit Thunderer High-Only spielen. Ja, ja. Oh. Danke an euch zwei. Es ist zumindest noch witzig. Auch wenn es sehr traurig ist. Ja, ein bisschen Spass muss sein. Ein bisschen Spass muss sein. Verträumt das traurig sein. Nein. Ich Gott im Himmel. Hallo, Hörsturz. Oh, schau mal. Ganz viele Niddy. Oh shit, Alter. Das werden wir definitiv füllen. Was? Warum? Was? Nein, wir werden es gewinnen, war ich natürlich. Oh shit, Alter. Wir werden es gewinnen. Sehr gut. Ich steh mal auf Hali um. Scheisse, wie schlecht sieht es denn aus. Ja, wir werden es gewinnen. Glaub mir, wir werden es gewinnen. Warte, ich übe nochmal. Leute, wir werden dieses Gefecht gewinnen. Also 60-40 für den Gegner. Ist okay. Wir haben einen Plan. Ich habe Reichweite. Ich brauche keinen Plan. Wir haben einen Plan. Wir fahren jetzt vor. Dann drehen wir um und fahren immer davon. Ich wollte sagen, wir fahren durch die kleine Gasse. Ja, genau. Bei Shimakaze, Somers, Halland, Halland. Bei unserem Glück sitzen die auch in der kleinen Gasse. Können wir sie alle wegrammen. Rammen wir sie alle weg. Es muss ja eh nur einer vorfahren. Der blockt dann. Ich meinst du in Dorps. Nun gut, versuchen wir unser Glück. Ich habe gutes Concealment. Ich habe hohe Reichweite. Ich habe Heile. Ich habe Superheal. Wie schnell kann dieses Gefecht zu Ende sein? Drei Minuten. Was ist denn der rote Knopf da? Oh, selbstverständlich. Das wird phänomenal. Flugzeugträger hat noch gefehlt. Ich finde, man müsste die Flugzeugträger tatsächlich rausstreichen. Ich werde jetzt eine absolut plausible und danke schön, Suigetsu, für den Follow-Erklärung dafür liefern. Flugzeugträger sind eigentlich schuld, dass so viel gekämmt wird. Bei Flugzeugträger, auch wenn niemand nach vorne fährt, Schiffe aufmachen, von denen andere Schiffe quasi dann Schaden nehmen können auf 24 Kilometer. Gibt es das nicht, dann wäre das kein Problem. Oh, eine Sau. Hat jemand eine AP drin? Ne, ich schieße auch gar nicht. Ich auch noch nicht. Weil die dreht eh hoch. Moskva ist mutig da vorne. Ah, auf die Moskva kann man schießen. Ah, schau mal. Er hat zuerst geschossen. Never shoot first. Hat die wieder zurück, die Moskva? Oder wie sieht das aus, jetzt wird die wieder zurück? Oh, da kam ein Torpedos. Wir haben eine Idee hier irgendwo, ne? Bebo da hinten auch noch am Rumeinen. Ich glaube, die für die Rückwärts, die Moskva. Torpedos! Warten. Rümpfer-Spread. Das könnte ich schon mal Kase sein. Ne, die war die Halland. Doppel-Halland, okay. Ich weiß nicht, ob sie schießen soll, also ich bin wie ein kleiner Adolf im Süßigkeitenladen. Zuerst die Moskva. Die wird jetzt sicher rückwärts fahren, oder? Die fährt rückwärts. Kleiner Adolf im Süßigkeitenladen, hast du gerade gesagt. Kennst du den Gag nicht? Das war ja eine Bulli-Parade früher. Dein Adolf im Süßigkeitenladen. Wie heißt das, du kleiner Drecksack? Bitte. Na also, geht doch. Aber wir müssen echt gut, wir müssen unbedingt fokussen. Wir fokussen das Misting hier aus. Seinem unsere DDS ist schon leichter. Welches Misting? Da, die Moskva. Ist markiert. Moskva. Solange sie offen ist, wird sie fokussiert. Ah. Oh, Flying Dutchman hat richtig gefährt. Das ist ein Schadengrad, wo du abgefahren war. Oh, die Moskva fährt jetzt vor. Der Bäders, der Bäders. Oh, da ist die Haaland, da ist die Haaland. Aber gerade der ist hier. Ja, ja, wir haben immer die glückliche Seite. Da muss kein Doppelbrand. Guck mal, sollte das jetzt reichen? Ja, sehr gut. Ach, ich hab die Haaland hier, aber schade. So, und jetzt? Jetzt nächstes Schiff. Aber welches? Wir können nicht durchpushen. Nein, nein, wir werden abfarmen. Abfarmen und abfacken. Das war unsere Devise, das weißt du doch. Aufpassen, es ist mit Yamato da hinten. 27 Kilometer. Alles ist möglich. Das ist unfair, der Sanderer zündet mit dem ganzen Zeran. Zündet zurück. Zündet zurück. Zündet zurückzündet. Das sind zwei Sanderer. Die schiessen beide mit Haie. Ja, ja, natürlich. Das ist ein Haie-Thunderer, den kann man nicht anders spielen. What the fuck, einfach nur einer. Die Monty versucht durch die kleine Lücke zu kommen. Oha. Sie haben meinen Plan adoptiert. Ja. Torpedos. Achtung, Torpedos. Wo ist denn der kleine? Komm, wenn die Sau kommt. Geh rein, werde ich mitnehmen. Und Flutung. Na klar doch, Spiel. Weißt du, Wargaming fliegt doch deine Mutter. Ja, ganz ehrlich, weißt du, wenn ich mal DD fahre oder Flugzeug kriege, dann knall ich da 50 Torpedos rein und kommt keine Flutung. Aber nein, diese Arschgeigen haben jedes Mal ein Torpedo, eine Flutung. Jammer doch nicht, ich bin vorher... Doppelbrand, gelöscht, doppelbrand, gelöscht, doppelbrand. Oder brennen lassen, doppelbrand. Weißt du, das ist arschig. Kommt jetzt die scheiß Sau hier nach vorne, oder nicht? Oh, das ist eine Sau. Schieß ihr in den Arsch, damit sie ihren letzten Meter nach vorne machen. Oh, Bourgogne, was machst du denn da für ein Quatsch? Oh mein Gott, warum ist unsere Harugumo... Warum wasten sich alle DDs und warum fahren die DDs, wenn sie sich wasten wollen? Können nicht Flugzeugträger fahren oder sowas? Sehr gut, ja, wir müssen die Sau rausnudeln hier. Sehr gut. Wie lange etwa die... Wie soll die Torpedos da noch laufen? Besser ausweichen. Ausweichen ist besser als beten, sage ich immer. Ja, Hunter, das ist ein Hass. Wenn ich viel angezündet werde, will ich selbst viel zurückzündeln. Was war jetzt? Das Problem ist, die beiden DDs halten uns halt ständig offen. Ja, ja. Oh Gott. Ich habe ein Problem, da ist eine Summers vor mir, die ich nicht aufdecken kann. Wir haben nichts, was unsere DDs hier aufmacht. Ja, weil unsere DDs mussten sterben. Ja, unsere DDs mussten hart rutschen. Das ist es eben. Also, und eine von unseren DDs ist die Haaland da. Die ist einfach... Schau mal, wo die hingefahren ist. What the f... Ich hoffe, sie macht viel Schaden, weil viel Team dienlich ist es nicht. Ja, wie schon am Anfang erwähnt, es wird schwierig werden. Wenn du schlechte DDs hast, dann ist das Spiel so gut wie verloren. Jö. Deswegen machen wir heute ein bisschen Schaden. Ist nicht. Wichtig ist nur, dass das Team... Ja, du... Dann... Dann halte ein bisschen hoch. Aber bist du für 81.000? Das geht ja. Ja, hab... Komm mal, gehörst du, oder gehörst du, oder gehörst du? Musst tatsächlich noch nie heilen. Sag dir. Weisst du, das ist so wie... Verbale Provokation und Heraufbeschwörung des Schicksals. Dann schickst du dir direkt eine Salve aus dem ungewöhnlichsten Winkel. Fünffachzitrelle oder sowas. Schau, das ist 11.000. Na gut, das war keine Zita, aber... Unangenehm. Jetzt könnte ich eine Zita bekommen, weil ich so dämlich hier fahre. Ein kleines Drax... 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 Drax-Idees. Sehr gut. Fluffy Power. Oh, Captain Place, Alter. Vielen lieben Dank. Dankeschön für deinen Sub im neunten Monat. Dankeschön. Oh, Torpedos von rechts mal zur Abwechslung. Da sind die auch schön. Na, kill surprise. Vor allem hat Torpedos auf mich geschossen. Habt ihr das gesehen? Ich doch nicht. Oh, nee. Komm noch was. Oh, shit. Da kommen auf welche. Ich bin tot. Da sind wir fast alle ein. Oh, ich hab Doppelflutung. Fun, Fun. Da ist ein DD. Da kann kein DD sein. Dann wäre... Hallo, da kamen Torpedos gerade von mir her. Von dir, meine ich. Von deiner Seite. Bin ich mega gefickt, die Torpedos. Oh, da ist ein DD. Schau mal. Ja, ha, ha, ha. Ja, da ist ein DD. Oh, shit. Oh, Gott. Die Yamato, ne? Da ist halt kein Kraut gegengewachsen. Und noch Wasser einbuchen. Jawohl, ja. Wir fahren so scheiß Haarland, weil wir behinder sind. Ich sage es immer wieder. Es ist so, ah, schick. Diese Runde wird nicht meine Runde sein. Oh, das ist ein Lied von Xavier Naidoo. Diese Runde wird nicht die meine sein. Diese Runde ist steinig und schwer. Fick doch dich. Ganz genau. Heraufbeschwörung des Schicksals. Eins zu eins. Da, Lutschbrände. Da ist noch ein DD, ne? Ja, ja, sicher. Da ist noch einer. Irgendwo muss da noch einer sein. Ah, das weiß. Das war's. Oh, ja, da in der Mitte. Da mit der Smok. Das ist klar. Ja, ja. Oh, Winddienst, ja. Ich dachte, die ist... Also, ich werde unsere Haarland berchen. Nein. Welche denn, die da hinten rumpümmelt? Ich muss jetzt ins Käpt'n. Ich muss jetzt mal gucken, welche ist das? Ja, das ist echt. Da ist er. Da ist er. Schieß drauf. Ja. Nachladen, schnell. Die haben kein Kader. Kommt schon, ihr wolltet doch raus. Ah. Was ist mit Selena Gomez? Da wird die getötet hier. Oh, ein voller Händerer. Der ist sicher... Das ist sicher einer von den guten Spielern da, ne? Äh, ja. Ich hatte gerade einen Doppelbrand- und Wassereinbruch. Ich hatte einen Doppel-Wassereinbruch- und Brand gehabt vorhin. Ja. Oh, Gott. Und unsere Haarlander hinten ist geil. Weißt du, gegen wen sie gerade einen Gunfight macht? Gegen die Venezia. Ja. Nein. Ich helfe dir, Rowdy. Auch wenn ich Preiser dir zeigen muss. Alter. Ah, die Monty schießt. Oh, Doppelbrand. Hard drehen. Ja, das ist jetzt für mich... Ja, Torpedos von hinten. What the fuck? Ja? Ich hab die Schimmakau rausgefahren. Was? Da. Noch eine Haarland. Surprise, motherfucker. Wo kommt ihr denn her? Scheißt hier jemand Haarlands, oder was? Ja, sehr lächerlicher Scheißhaufen. Verrecke. Ops, Secondary. Oh ja, da kommt noch ein... Ein, ein... Oh. Also mal ganz im Ernst, ne? Die Venezia vom Gegner-Team ist aber auch nicht ganz frisch. Also die hat dann schon zweimal rausgeschossen. Ich glaube nicht, dass wir das gewinnen. Ihr verliert, sag Schupp. Ja, das stimmt. Ich hab's gesagt. Ich hab natürlich gesagt, wir werden das gewinnen. Ja, ja, eben. Da, ja. Da. Schmeckt deine eigene Medizin, Scheiß-Fanderer. Ja, die Ideen haben wir uns hier in Strich durchrechnung gemacht. Auf die Seite, ganz einfach. Machst einfach nichts mehr, Klaft. Top-Bekracht. Ah, ja, hi. Ah, ja, ha. Da kommt ne Haarlands und es ist aus. Aber du sammelst Auszeichnungen wie ein Weltmeister. Ja, ja, Top-Losers sammle ich hier wie ein Weltmeister. Aus, aus, aus. Das Spiel ist aus. Aber man muss trotzdem sagen, es war mega befriedigend, wenn man diesen Haie-Arschgeigen, dieselbe Haie in die Fresse haut. Nur noch geiler, weißt du? Oh, eine Salve-Haie. Das gibt einen Brand. Oh, eine Salve-Haie. Das gibt einen Brand. Oh, eine Salve-Haie. Das gibt einen Brand. Es ist schon befriedigend. Einen mache ich noch. Das ist, das ist gut. Was, warum nur einen? Es ist aus neun. Oh, aber wir haben auch früh angefangen, oder? Ja, gar nicht. Das ist ja eine Lüge. Aber wie war es? Wie viele Minuten vorher? Das zählt nicht. Warum die vorher angefangen? Ach. One hour. Vielleicht mache ich auch zwei. Sehr gut, sehr gut. Such was ausschaut, wenn du schon zwei machst. Fake News.